Was haben wir auf unserem gemeinsamen Weg gelernt? Das war meine Frage. Und ich reife nur ein paar Punkte heraus. Die Spaltung des Leibes Triffsee hat ein bestimmtes Muster geschaffen. Das ist von der ersten Spaltung zwischen Jugendlichen und Heiligen Christen. Und das nennt man mit dem Begriff Ersatz Theologie. Die Heiligen Christen war, wir haben die ganze Wahrheit. Und die anderen haben sie nicht. Und die anderen haben sie nicht. Oder in der Begriff Orthodoxie. Wir sind die Recht Gläubigen. Und in der Zeit der Reformation und jener Reformation fühlten wir, dass Katholiken und Protestanten einen Geist des Gegeneinander entwickelt haben. Und bis hin zur Dämonisierung des Gegners. Das ist das Zweite, was wir gelernt haben, war, dass wir in eine göttliche Ordnung kommen müssen. Und das heißt, wir müssen umkehren, zurückkehren zu unserer Oberfläche. Und deshalb bin ich so dankbar, dass wir unsere messianischen Brüder unter uns haben, unter Schwestern. Und dass es auch an Jesus, die Leute aus den Kirchen unter uns sind. Wir haben auch gelernt, dass der Heilige Geist uns auf die Gebiet bringt. Und dass es dadurch zu einer tiefen Brüße kommt. Und wir können Gott bekennen, welche schreckliche Dinge wir gegen ihn und unsere Brüder und Schwestern getan haben. Und dann können wir zu Gott die schreckliche Dinge, die wir für unsere Brüder und Schwestern getan haben. Es gibt keine Erdauerung ohne mir zu sein. Und wir haben schon gesprochen über Malachi bei 24. Wo Gott die Herzen der Beter oder Mütter und Töchtern zuwendet. Und wir haben auch erfahren, dass es wichtig ist, dass es nicht nur für unsere Familien gemeint ist. Und wir haben auch für unsere Gemeinden, für unsere Kirchen. Wir haben das gesehen an der Kirche von Antioch, die uns als Tochter der Gemeinde von Jerusalem geführt. Und wir haben gesehen ein Beispiel von der Kirche von Antioch in Antioch, die sich die Dauern der Kirche von Jerusalem geführt. Und es hat an Jerusalem geährt, an unsere Mutter. Und sie hat an Jerusalem geährt, an unsere Mutter. Und ich bin zu antworten, dass Benjamin Berger diese Woche über Jerusalem und seine Bedeutung darum sprechen wird. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Benjamin Berger hier ist und er wird uns über Jerusalem und ihre signifikante Kirche. Und ich habe erinnert über das Hans Scholz, der auch unter uns ist. Ich habe ihn auch gefragt, ob er ihn interessiert. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Hans Scholz ist among us. Und ich habe ihn gefragt, ob ich, was ich jetzt sagen kann, was ich jetzt sagen werde. Er hat einen Bericht über wie es ihm gegangen ist über die Kirche der Kirche in Rom. Und er hat einen Bericht über seine persönliche Erfahrung in St. Peter in Rom geschrieben. Als evangelischer Pastor gegenüber uns. Und wer darüber mehr lesen will, hat er draußen ein paar Akzeptlage abgelichtet. Es ist wirklich sehr lesenswert. Was wir auch auch gelernt haben, ist, dass es Orte ganz wichtig ist. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass Pläne und Pläne sind sehr wichtig. Denn auch die lernen uns etwas, was Gott uns lernen möchte. Und ich erinnere mich, wir waren in den Katakomben. Und eine Frau, die da heute nicht heißt, aus den Freiburgen. Sie sagte zu mir, ich habe immer nur geglaubt, dass die Geschichte beginnt mit der Apostelgeschichte. Und dann kommt diese dunkle Zeit, die können wir alle auslassen. Und dann kommt diese dunkle Zeit, die können wir alle auslassen. Und hier erlebe ich, dass wir sozusagen auch bei den Gräbern sind von Leuten, die im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert gestorben sind als Leute, die für den Glauben gelebt gelassen haben. Was wir auch gelernt haben, ist, dass wir den Kirchen geschehen sind, wie Gott es auch bewahrten soll. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass wir die Geschichte der Kirche von Gott sei. Und es ist wichtig, dass wir immer sehen, was wir dem Vater im Himmel angetan haben. Und wir haben versucht, der Wahrheit mehr Raum zu geben. Und das hat zur Folge, dass wir Legenden und Lügen aufdecken. Und so, die Konsequenzen von diesem ist, dass wir wirklich, dass wir Legenden und Dinge nicht wahrnehmen. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, weil sie sich doch hart nennen hält. Ist das die 95 Thesen auf das Hohe, das ich losgehebe? Und das ist, dass die 95 Thesen waren, die Konsequenzen von der Konsequenzen von der Konsequenzen. Dieses Bild stammt aus dem 19. Jahrhundert. Aber in fact, dieses Bild ist aus dem 19. Jahrhundert. Und du kannst es dazu bezeichnen. Ja, der nächste Jahrhundert. Warum ist es so notwendig, dass wir dieses Bild zerstören? Weil wir so ein falsches Bild von Luther bekommen, wie er 15. Jahrhundert hat. Er war kein Regell zu dieser Zeit. Er war ein frommer, geforsener Mönch der katholischen Kirche gegenüber. Und er hat diese Thesen seinem Bischof, dem Erzzyklochen Mainz, übergeben. Und er gab diese Thesen zu seinem Fischer, Albert of Mainz. Was hat aber Albrecht getan damit? Luther erwartet, dass er sich mit ihm auseinandersetzt und dass er praktisch den Tetzel, den Ablass, der da reingefordert hat, rückt. Aber Luther scheint nicht zu sagen, dass Albrecht von Brandenburg sehr verschuldet war. Aber was er nicht wusste, war, dass Albrecht von Brandenburg sehr stark entdeckt war. Er hatte zu seinem Ehrgeiz und zu seiner Haft hier drei Nudrücken wollen. Er war so ambitious and also so obsessed by money, that he wanted to have three Dioces. Was war gegen das Kirchengericht? Und das war gegen die Kirchengericht. Aber der Papst hat es erlaubt. Und für alle drei Diocesen musste er etwas zahlen. So er bekam er in große Schulden. Und der Papst und Albrecht haben ausgemacht, der Albrecht wird diesen Ablasshandel in seiner Diozöse erlauben. Und der Albrecht ging nach Rom für den Petersgrund und für die Türken. Und die andere half ging nach Rom in order to build St. Peter's and to fight all against the Turms. Das ist sehr wichtig, weil ich auch eine gewisse Mühe in meiner Bibel in der Katholischen Kirche gegeben habe, zu zweifeln, zu leben. Und die Türke heißt, Luther hat die Kirche gespeichert. Und die Lie ist, Luther was the one responsible for the division of the church. Wenn wir aber eben die andere Geschichte sehen, wie die Kirche und wie die Türke damals waren, dann ist es einfach nur, dass eben Leute, die sich ungefähr probieren, wie ein Huss, wie ein Luther und andere eben dagegen aufgeregt sind. Und wenn wir das sehen, dann ist es gar nicht verrückt, dass es Propheter gab, die für eine Repentanz, wie Luther und Luther. Was wir daraus gelernt haben, war auch, dass es nicht die Reform-Ununmöglichkeit der katholischen Kirche Und was wir auch gelernt haben, ist, dass die katholische Kirche, die das Unmöglichkeit hervorgebracht hat, dass es trauriger war. Aber das sad thing was, dass eben die apostolische Leitung, dass die apostolische Leitung, waren nicht fehl, diese Botschaft der Unherberopheten anzunehmen. Das ist ja auf Deutsch. Na, warte mal. So, das ist in Deutschland. Und die Kirche schaut recht gesund aus. Und die Kirche schaut recht gesund aus. Und die Kirche sieht sehr gesund aus. Was passiert, wenn eben das Prophetische verloren geht? Was passiert, wenn eben das Prophetische verloren geht? Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass Bayern so notwendig ist, um in Balance zu bleiben. Und deswegen müssen wir sehen, dass beide notwendig sind, um in Balance zu bleiben. Denn wenn Luther eine gute Führung gehabt hätte, denn wenn Luther eine gute Führung gehabt hätte, denn es wäre wahrscheinlich nicht zu ihm gekommen, was weiter die Geschichte behaupten müsse. Es wäre wahrscheinlich nicht zu ihm gekommen, was weiter die Geschichte behaupten müsse. Denn wenn wir sehen, wo wir stehen, wir stehen vor einer großen Spaltung, die langsam auch wieder zurückkriegen. Weil, wie ihr sehen könnt, wir haben einen großen Bischof, der langsam, Praise the Lord, erhebt. So haben wir gelernt, einander zu achten. So haben wir gelernt, einander zu achten, zu ehren, zu ehren, und zu segnen, anstatt uns weiter zu verzahnen. Und das geht nur, wenn wir in Christus verankert sind, und Christus kann uns da zu bringen. Und das geht nur, und Christus zu bringen. Vielen Dank. Amen. Applaus